Der Kartenraum Auf geht's Los, los, los Ihr kennt's ja, die Pistole ist aber viel, viel geiler Na gut, wenn wir können Mach die Waffe weg, nachladen Du frisst jetzt ordentlich Du frisst jetzt ordentlich Du frisst jetzt auch was auf Wissen Die Waffe ist einfach Porno, wenn man weiß, man sie nutzt Naja Verdammt So eine Schnellschusswaffe ist ja praktisch Nachladen Bullshit, ey Kommt schon Ah, Gönny, richtig Er ist weg Das ist der andere, denke Wer kommt mit mir Wir sind kunstlos Ah, da ist er Header, Header sind viel besser Der steht in der Mitte und Er kriegt halt nicht Gebiet gesichert, alle feindlichen Einheiten eliminiert Verstanden, Echo 419 im Anflug Hat jemand einen Warthog angefordert? Wunderlich, dass sie Hausbesuche machen Vohemmer Sie kennen unser Motto Wir bringen Hehehehe Oh, guck mal, der hat schon eine Narbe Oh, armer Sack Armer Sack Leute, die haben sogar verschiedene Texturen, die Leute Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen Ich stehe mir jetzt in die Eier geschossen Ne, das war der nicht Ne, doch, oder? Ne, das war der nicht Dem, den ich in die Eier geschossen habe Das war viel cool, der war viel cooler Was ist der? Der hier, der hier, Alter Der mit der Narbe am linken Auge Okay, also vorwärts Suchen wir den Kartenraum Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums Ich glaub, der hat durch meinen Eierschuss Arschvoll Leben verloren Lass mir ein paar übrig Weg mit denen Vor dir, vor dir die Gegner Alle Mann Weg Was ist das? Davon gibt's noch mehr Sauber Mann, ich bin echt klasse Schön dranbleiben Gut, er hat's sogar getroffen Das wird ihnen eine Lehre sein Ne Gute Arbeit Wir fahren weiter Ja Da sind Freunde Mist Hey, du da In der Wand Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage In der Anlage Ja, dann gehen wir mal gucken Dann Kommen wir da hoch Da Ach Und los Schon ein paar Gegner weniger Ja Nein Ballert ihn hinter uns ab Ich geh voll aufs Maul Das brennt Gib ihm Gib ihm Ja Ich geh voll aufs Maul Oh ne Oh ne Oh ne Alter, ich hab's Oh ne, ernsthaft So ein Scheiß Ich wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage Ja Ja, fahren wir halt rein, da Gib mir Zielwinkel Hey, das war meiner Ich werfe mir keine Granate Gefällt dir das? Oh Das ist mir leicht Weiter so Oh Der Granate bin ich ausgewischt Wie ein Pro Sperrfeuer Ja, baller halt drauf Alter, wo zielt der hin? Habt ihr's gesehen? Habt ihr's gesehen? Der hat an die Decke geschossen Ausgezeichnet Hier drüben Los geht's Was für ein Scheiß Und los Kapitel wird's auch noch, ne? Oh ja Gut Die haben sich dampferschätzt Juhuuu Was zeig ich denn da, wie man auch noch fährt Bin getroffen Er schießt ihn halt ab Meine Fresse Ach Das brennt vielleicht Alter, ist der inkompetent Na also Ich sehe sie Die Allianz gibt alles Der Kartograph muss also hier sein Bevor ich warte bis der Typ hier Meine Analyse weist darauf hin, dass sich der Kartenraum im Untergeschoss dieser Anlage befindet Gehen wir weiter rein Bevor ich hier warte bis der Typ den anderen da killt, fahr ich den lieber um Das dauert ja Jahre Sie dürfen die Tür nicht schließen Ich hab's übrigens noch nicht geschafft, dass sie sich nicht schließen Interessant Wie sehen Sie, Cortana? Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist Verstanden, wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben Hier sind Ihre Befehle Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel Machen wir Echo 419 an Bodenteam Ich bleib in Stellung und behalte die Allianzler im Auge Zweiter Trupp abmarschbereit, sobald alle oben sind LZ sieht sicher aus, Sir, keinerlei Aktivität Viel Glück, Leute Gieß, Ende Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen Ruhig halten Wir ballern jetzt mal mit hier Boah, das tut aber richtig weh Weg mit dir Da ist noch einer Da oben ist noch einer, und da hinten ist auch noch einer Da sind noch mehr Ja Fahr mal halt weiter Am Ziel bleiben Ja, der ist weg Dem hat's die Luft ausgepustet Oh Guck mal, da vorne Ich bin dran Was ist das? Ist der Baum jetzt da extra da, damit wir nicht durchkommen? Guter Schuss Guter Schuss Am Amo, ey Weg mit dem Und los Ah Ich kann meine Freunde leider nicht mitnehmen hier Oh Sehr, sehr gut Zwei Hatterchen Äh Äh Obwohl er nur einen Kopf hat Ja, die brauchen halt einfach Die wollen einfach richtig, richtig getroffen werden Ich bin dran Mist Pussy, Alter Da unten chillt ihr beide, hey Geht gar nicht Warte mal, die Nasen juckt Aufpassen Schon besser Schon besser Juhuhuhu Friss Mongo Ich treff halt den Bomben auch Was? Der bringt mir jetzt nix Dafür ist der zu mehr dran Das bringt mir was Ah, komm her Komm her! Ich nicht Nein Ich Punch dich Alter, ich Ich hab dich geschissen Wie der abging, ey Alter Der war Der war gut Gut Meine Nase juckt schon wieder Mein Gott, was ist da los, ey Okay Wir werden hier wieder vollgestopft mit Stuff Oh, da hinten guckt einer Ja, die sind kein Problem Die können ja nix Wie der frisst, ey Alles Oh klar, der ist schon weg Pam, 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 pam Zielen und so, ne? Nicht so sein Ding Nicht so sein Ding Ja Ja Oh War schon knapper Zielen Zielen, zielen, zielen Ach, leg mich am Arsch Verreck, endlich Also der zieht sich grad ein wenig Zeichen von schwächern will nachkampf gehen Ich wusste es, ich wusste es CH Money, 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 Money Die Sachen brä everything mehr Äh, quach Money, 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 Money Ja, 600akukan So Easy Gar kein Problem ich bockst chips zu essen, aber es wird euch megamäßig auf den sack geben guten flug der klebt an der seite naja es gibt bessere tode als an den stein geklebt zu werden ist das nervig schildviecher ich die hasse da hat ein scheiß bei dir voll daneben gezogen der nervt naja das ist aber eine der besten waffen die hier gegner 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 da sind sie guck mal es leuchtet ich habe es genau gesehen sofort wieder einstecken hier ah nein alter der war knappi weg hier weg hier nein weg ok ich wollte testen ob der trifft oder nicht ok das ist ein kumpel dran glauben kumpelblase tja gezielt schaden schaden weiß es nicht bitte schnell feuer drin oder was ne stehen beide da na komm weg mit dem schaden der hat wehgetan der hat wehgetan ich hab mich zu nah dran an den dingen stehen man fall endlich hin und stirb na geht doch muss mir neue waffen wollen aus einem grund ich habe ja schon halo durchgezockt mehrmals und äh ich kann euch jetzt sagen dass wir waffen immer gebrauchen und immer voll voll alter gut das wusste ich jetzt nicht dass hier das hier schilder sind schilde schilder zeug halt das wusste ich jetzt nicht aber es ist immer besser mit maximum guten waffen umzulaufen dann noch mal ein stück zurück zu gehen als ja vorzuraschen und zwei meter frei da vorne ist dann keine ahnung was und dann fickt es ein ist natürlich nicht geil was das denn hier was ist also leute ich präsentiere euch mein haus das stelle ich dann auf eine schöne wiese ihr müsst euch vorstellen hier ist so eine wiese dann dann ja da ist mein balkon 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 hier hier ist mein zockerzimmer da ist halt dann extra so das ding unten das da hier keine ahnung da ist halt irgendwas drin und dann ja und so weiter halt mit holo konsole das sicherheitssystem runterfahren alles klar cortana machen wir jetzt müsste sich die tür öffnen lassen die zum hauptschacht führt so jetzt werdet ihr gleich sehen nachdem ich mich am rücken gekratzt habe wieso ich gesagt habe dass wir hier dass man eine volle waffe braucht das gehört ich kann ihn nicht anvisieren gut, der ist weg es sind zu viele schluck du Luder da sehe ich noch genau vor mir ich habe keine Granaten mehr ich habe keine Granaten mehr ah, nebenan schnell Waffen wechseln gut ist ja noch mal gut gegangen und es stellt euch vor, wir hätten die andere Waffen die anderen beiden Waffen gehabt ich glaube, da hätten wir voll abgekackt ich glaube wir können da glaube ich gar nicht runter, weil ich ja verwecke oder oder wir probieren es einfach kann man da dann wir holen uns noch mal so ein Schild vielleicht schützt er uns wenig noch vor da waren wir noch wach vielleicht schützt dieses Schildzeug uns auch vor Fallschaden dann können wir einfach runter springen Schild jetzt müssen wir eine geeignete Stelle finden das scheint mir eine geeignete Stelle zu sein Wieße ah geil der Schild hat uns beschützt der geile Schild der hat kein Schild mehr ja der hat mich geschossen peng peng da oben auch noch der ist ausgeglichen ja easy weichste auch mal aus lol da war noch einer da war noch einer ich hasse die Viecher ich hasse überall da ach da geht es zum Berg hoch ja dann gehen wir hier auch mal ein wenig Party machen haut ab nö findest du schön lauf doch hoch Mensch rutsche auf ganz normaler Erde aus ist dies logisch alle nehmen mit A ja antworten äh mit ja antworten Gute Nacht so wo sind die denn wo sind sie denn hallo du auch du auch ja du auch einer ist da da ist er da ist er er weicht zurück äh er hat keine Ahnung irgendwas an dass er keinen Schaden kriegt ich weiß nicht wie hoch das ist es war also nicht hoch genug das ist gut so dann gucken wir mal ein Warthog das ist sehr gut den brauchen wir nämlich keinen Bock zu laufen oh das ist schön das ist sehr sehr schön ich ich dich 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 die bazooka 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 jetzt haben wir spaß jetzt haben wir richtig spaß unsere freunde auf den folgen die kommen ja eh nicht gebrochen die treffen ja eh niemand mit der Minigun mit der Maschinengun da oben drauf da ficken das war der falsche ort der schau ah da steht da vorm auto und guckt erstmal was ist das für ein ding was kann man damit machen tut das weh ja das ist eine intelligenz bestie Ich krieg gehorcht, ähm, weil da neue Mucke kam. Verarscht. Hm. Wir sollten da nicht runterspringen. Wir sollten da echt nicht runterspringen. Hallo? Hallo? Hört mich jemand? Hey, hey! Guck mal! Hm. Ups. Ups. Ah, das ist eine Sneaky Mission. Keiner sieht uns. Was ist hier? Wir müssen leise sein, sonst sehen. Oder, äh, äh, hören die uns? Naja. Da ist nicht. Da ist noch einer! Ah! Nein! Du hast nicht gesehen, dass wir hier sind. Stirb doch einfach! Er ist tot! Los! Ah! Er ist tot! Ich? Nein! Ich gehe rein! Gehen wir! Hilfe! Ah, das sind Schwule! Sie sind neu! Oder, äh, äh, wie soll man das nennen, wenn zwei... Hm, das ist natürlich ne, ne wichtige Frage. Also, Leute, überlegt mal. Wenn jetzt zwei von diesen Zombies, die mit... Keine Ahnung, was für das... Keine Ahnung, was für ein Geschlecht die halt haben, äh, sind, haben oder so weiter... Äh, wenn die voll zusammen drauf stehen, ein Alien-Kind zu machen... Wie geht man das da? What? Da kommt er einfach von da! Ja. Geh mal hier lang. Ganz einfach. Die Treppe zum Glück. Ich muss ehrlich sagen, ich bin diesen Weg hier noch nie gelaufen. Ich bin immer von der anderen Seite gekommen. Von... Da. Aua! Äh, ich glaube, da geht's auch drüben. Juhu, pass mal auf mit deinen Waffen, hey. Oh! Alter. Der Sack ist nicht direkt vor mir. Vor mir auf, ne? Ich glaube, die Dinger bringen uns... Bringen die uns was gegen die? Wir testen. Oh. Ne, nicht so viel. Ja. Aber normalen Weg, um sie zu killen, oder? Was ist das für ein Ton? Was geht da schief? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Nein. Äh, 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 äh. Hey, du, da, guck mal. Nicht so. Mensch. Geht immer alles falsch? Äh, 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 äh. Aua. Pass mal auf, ne? Für keinen Spaß, ne? Es tut echt weh, wenn du mich hier einfach immer triffst. Jetzt komme ich hier mit richtigen Geschützen. Spreng! Spreng! Und wir laden hier mal nach. Lieber safe bleiben. Spiel mit Sex. Lieber safer Sex haben. Boah, Alter, mein Arm piekst schon wieder, hey. Kennt ihr das denn? Einfach, keine Ahnung. Der Arm piekst. Ja? So. Fohemmer an Bodenteams. Zwei feindliche Landungsschiffe nähern sich Ihnen mit hoher Geschwindigkeit. Verdammt. Okay, Leute. Besuch ist im Anmarsch. Feind bei Kontakt sofort angreifen. Es ist leichter, Sie vom Innern des Komplexes heraus aufzuhalten. Können Sie rein? Negativ. Sie kommen zu stillen Digger. Negativ. Chief, Sie müssen den Kartografen finden. Wir werden Sie so lange wie möglich beschäftigen. Martin, die Hölle heiß, Marines. Wenn wir hier nicht raus sind, bevor Verstärkung kommt, wird's hier sehr eng. Suchen wir diese Karte.